Oh, shit. SOS. Ja. Alter! Dein Essen ist da. Ich hab gedacht... Bei der Eisenfarben hast du ganz viele Betten aneinander gehängt, ne? Genau. Das ist ein bisschen ein... Schwächer... Meine Mom ruft mich an. Hallo? Hallo, Schaffi. Na, wie geht's bei der Nase? Mir geht's gut, soweit. Ja, der geht's auch gut. Denn moralisch gesehen, das gut finden und wie könnt ihr abends schlafen? Gut, die Frage brauche ich euch nicht mehr stellen. Ja. Ja, herein. Oder 1, 4 und 8. Ja, herein. Was? Du bist 1,77. Ja. Ja, herein! Romatra kriegt wieder Elternbesuch! Elternsprechzeit, Romatra! Ja. Ich geh da um. Und... Schlafen. 4, 6, 9! Er möchte jetzt was... Ah, scheiße. Ja. Vielen, vielen Dank. Ruhbäerkäse gehört. Das ist... Ja, was? Oh, Lord! Okay, das war's, Max. Ich bin gerade um meine Eltern reingekommen. Mein Dad macht die Tür auf, ihr könntet nicht Fernsehen schauen, wenn du hier singst. Ja, ich kann nicht leise sein. Das geht nicht. Hallo, machst du bitte die Türe zu, Papa? Danke. Oh, Matra! Oh, no! Papa, Romagna, mach die Tür zu, bitte! Mach die Türe zu! Da kickt der Dialekt wieder rein! Oh, scheiße! Oh, wie peinlich! Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich die starte. Oh, scheiße! Da links unten ist die Adresse im Moment. Da links unten ist die Adresse im Moment.